Ja, und wir gehen aber einfach rüber, würde ich mal sagen, zu DJLedX und dem ersten Set des Abends. Viel Spaß! Test, test, test. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Wir sind ein bisschen früher heute dran als sonst. Liebe Grüße aus der Kufer. Heute dickes Emotion Special. Wir haben einiges für euch am Start. Ja, wie so oft übernehme ich hier ein bisschen den Anfang. Groove euch ein bisschen in den Abend ein. Werd dann ein bisschen schneller. Und dann übernehmen hier nachher noch ein paar brillante Jungs und sorgen für gute Laune am Samstagabend. Los geht's. Viel Spaß! Musik 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 DJ Basti und CrackSka, Grüße gehen raus, herzlich willkommen. Basti freut sich auf Fabian Frel heute. Ja, Fabian Frel heute als Special Guest, neben einigen weiteren am Start. Ja, Fabian Frel. 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 Ja, Fabian. Ja, Fabian Frel. Ja, Fabian. Ja, Fabian. Ja, Fabian Frel. Ja, Fabian. Ja, Fabian. Ja, Fabian. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020